Ja, wir sind Beschäftigte vom Botanischen Garten, von der Betriebsgesellschaft. Und wir haben ja durch einen langjährigen Arbeitskampf, unseren Arbeitskampf dahingehend gewonnen, dass wir gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen, mit einer Heranführung an den TVL. Und eben jetzt auch die Rückführung an die Freie Universität. Das heißt, wir haben in unserem Arbeitskampf die Privatisierung gestoppt und sollen jetzt, sollen zum 01.01.2018 zurückgeführt werden an die Freie Universität. Im Prinzip sind wir hier, weil wir dieses Erlebnis hätten wir niemals erreicht, ohne die Kollegen und Kolleginnen von anderen, die heute hier sind, betrieben. Und ohne die Unterstützung von anderen Gesellschaften, die sich auch dafür einsetzen, dass sowas halt eben endlich aus der Gesellschaft verschwindet. Und deswegen geben wir jetzt mal zurück. Die Solidarität, die wir gekriegt haben, wollen wir hier halt zurück. Die Solidarität, die wir jetzt haben, wollen wir hier halt zurück. wurde THERE installer, die wir hierarea clownen, wollen wir auch nach demüber nachdenken. Und deswegen kommen wir hier an zwei roommate. Und dann können wir hier auch unseren Gern photos et themen, wenn wir hier neuen Logok gerade gerne haben. Und dann können wir hier auch zurück. Vielen Dank.